Genau was ich bezwecken wollte. Noch 3 Ticks und dann brauchen wir nur noch 600 Energie für den letzten Prick-Tron. Na komm, kann nicht sein, dass du hier nicht arbeiten willst. Ah, das ist so. Hier hat sich gefälligst jeder zum Beteiligen an der Arbeit. Genau so will ich das sehen. Drei Sekunde, Holzhacker. Das ist so. 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 ... unsere Bauarbeiter verbauen können. Einzige Glück, auch unsere Holzfelder voll bei der Sache sind und immer wieder Holz... ... zum Lager tragen. ... Und ja, dann den Wald ausgiebig schröpfen, wenn der Wald abgehackt ist. Jo, noch 600 Energie für unseren letzten Brickthorn. Und ja, wir haben gute Steinvorräte. Das kann ich aber nicht so auf mir sitzen lassen. Das kann ich nicht so auf mir sehen. 6100 steine genau haben wir jetzt im augenblick das ist okay von der bilanz her ich hoffe du holst Holz und rennst nicht zum kristall ja du siehst aus als ob du Holz holen würdest und Hier ist noch mehr als genug Holz, vor allem da liegen noch die Baumstämme um die Augen. Oh Mann, aber bis der Bercht mal weg ist, dann ist das nicht so gut. Oh Mann, aber bis der Bercht mal weg ist, dann ist das nicht so gut. Das wird noch dauerne. Und wieder was Gebautes, fertig. Also wieder eine Reihe. Hier ist das nicht so gut. Wie sie hat ein Stück, das ist so gut. Was bin ich daran, dass ich zurückdrehen kann, die Baumstämme um die Arbeit zu nutzen. Das ist schön, dass ich diese Arbeit für werden bis ich nicht erstmal die Aufnahme. Was ich nicht eventuell, wenn du sie ein Stück weit crossieren, ist der Hintergrund. Es wird nicht so gut, weil dieser Weg so gut hält. Ja, also wir haben schon mehr als 75% hier. Hmm, mal kurz richten. Ja, 20% haben wir noch, genau. Oder? Nee. Nee, wir sind schon über 20... also unter 20%. 2240 wären 20%... äh, also 80%. Guck mal, die drei Holzfäller produzieren wirklich ordentlich Bretter. Ich frage mich hier drauf, als ich mal wieder anfange, äh, Bäume zu fällen. Wenn kein Holz mehr hier rumliegt. Was auf der Seite halt ein bisschen doof ist, ist... äh... ...diese Auspuchtung hier. Und ja, hier ist gerade... hier fängt das Krumme wieder an. ...krumme wieder an. na jetzt ist nicht mehr viel holz hier übrig dafür werden es wieder immer mehr bretter sie holzen wieder das ist nicht mehr Und jetzt fangen sie mal wieder an zu transportieren. Gut, gut, gut. Gut, gut. Und wir haben wenigstens auch wieder Tageslicht. Ich weiß, ob wir schon seit einer Weine haben, aber jetzt gerade, wenn ich so dran denke, fällt es mir richtig auf. Das ist so der Ausgleich zum... Gesteinbruch. 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 Das wiederum finde ich sehr komisch. Der Fische läuft mit einem Brett weg. Gesteinbruch. Gesteinbruch. Aber ja, ich würde sagen, wir speichern jetzt mal wieder. So schön langsam. Kommen wir aber wieder voran langsam. Und da gibt es erstmal wieder einen Cut. Bis gleich. Gesteinbruch. 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 Gesteinbruch.